So, da sind wir wieder zurück bei Star Wars The Old Republic. Und wir machen jetzt erstmal, also diese Bonus-Serie führt mich halt zu Questgebern von Quests, die ich nach und nach abarbeiten soll. Ich glaube auf jedem Planeten gibt es so eine Bonus-Serie. Hier ist ja ein Data-Kron. Okay, wie komme ich da hoch? Am besten über diesen Balken hier. Ist es doch da hinten vielleicht? Komm ich hier hoch? Ne. Es muss hier irgendwo eine Möglichkeit geben hochzukommen. Ich habe das nur gerade so über meine Kopfhörer gehört. Dieses Geräusch von den Data-Krons. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier eins ist. Und wenn ich es nicht wusste, kann es sein, dass ich das noch nicht aktiviert habe. Bei den Tierchen will ich mich jetzt natürlich nicht anlegen. Wie komme ich da jetzt am besten rauf? Vielleicht hier über das Rohr? Sieht schon so aus. Ich muss noch kurz den Blei da runter. Ne, ich glaube da komme ich nicht hin. Über die Rohre hier vermutlich auch nicht. Was höre ich denn hier? Zum Fühler. Irgendwo muss es eine Verbindung geben, mit der man da raufkommt. Bin ich von meinen Quest-Aufgaben jetzt schon wieder abgewichen? Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, hier an das Data-Kron ranzukommen. Es geht ja nur über diese Balken hier. Das muss also hier irgendwo sein. Das sieht vielleicht nach einer Möglichkeit hier aus. Das heißt, ich muss irgendwo... Hier hinten geht das nicht. Hinten gibt es keine Möglichkeit. Obwohl... Ne, hier geht es nicht. Jetzt schaue ich mir das mal auf der anderen Seite an. Hier, also ich kann bestimmt hier irgendwo rauf. Hier hinten. Hier ist n��. Hier hinten hier hinten. Na gut, dann lasse ich es erstmal. Oder? Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Von hier hinten anscheinend. Also wenn ich mir das so ansehe. Hier über das Rohr. Ich glaube ich habe es gefunden. Okay, das mache ich lieber zu Fuß. Wie komme ich dem Rätsel schon näher? Die Wege muss man aber auch erstmal kennen. Jetzt kann ich wieder an besonders schmalen Stellen steige ich ab. Wenn ich hier runter glitsche dann muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das ist gut. Und da sind wir. Das hatte ich sogar noch gar nicht. Beherrschungsattribut kann ich damit verbessern. Beherrschung plus zwei. Das ist dauerhaft so für jede nachfolgende Figur die ich herstelle. Glaub ich ebenfalls. Ich meine man hat es ja gesehen, dass er eine Datacone, was ich hier in diesem Tunnel und was da noch dahinter war gefunden hatte. Das war ja schon bereits aktiviert. Okay. Wie ich bereits bei dem anderen Datacone aber auch gesagt habe, ich mache jetzt mich nicht hier auf die Suche nach den ganzen Dingern. Das habe ich jetzt nur mitgenommen, weil ich ja zufällig dran vorbei gekommen bin. Das ist kein Putzverhalten. Das ist ganz klarer Einsatz von Werkzeug. Ich weiß das und ihr wisst das. Ich sage nur, dass weder die Universität noch der Stützpunkt, aber egal jetzt, wir haben Gesellschaft. Hallo, ich bin Mola Haxtor. Das ist Professor Brahl. Wir betreiben angewandte Xenozoologie. Könntet ihr uns bei etwas helfen? Ich werde zuhören, aber bitte schnell. Seht euch das an. Wir haben ein Aufzeichnungsgerät an einem Rugghoul angebracht und ihn wieder freigelassen. Dieses Bild stammt aus seinem Bau. Es scheint sich um eine neue Spezies von Rugghoulen zu handeln. Größer, bösartiger. Und sie dominiert normale Ruggs. Außerdem hat er während der Aufnahmen... Er hat die Kamera gefunden und ausgeschaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass Rugghoulen intelligent sind. Vielleicht sind sie das nicht, aber die Fakten sprechen dafür. Wenn er mit dem Schalter gespielt hätte, hätte er das Gerät wieder angeschaltet. Das hat er aber nicht. Wenn diese Ghoulen Werkzeuge benutzen können, müssen wir die Verteidigung unserer Kolonien überdenken. Wir brauchen aber die Aufzeichnungen aus unserem Gerät, um sicher zu sein. Ganz abgesehen vom akademischen Ansehen, das wir ernten würden, muss die Republik erfahren, wie gefährlich diese neue Spezies ist. Organisierte Ghoulen sind das Letzte, was wir brauchen. Ich besorge euch eure Kamera. Das sollte ja kein Problem sein. Wie viele Zähne sagtest du, haben diese Dinger? Über 3000? Ich glaube, ich kann jeden einzelnen spüren. Hör auf dich zu beklagen. Sie hat dich nur leicht gestreift. Das verhilft uns zu neuen Erkenntnissen im Bereich des Wandels des mütterlichen Nexo-Verhaltens bei... Ihr. Was wisst ihr über die Gefährdung der bedrohten Nexus? Wurde euer Freund von irgendetwas angegriffen? Das ist nur mein Assistent. Aber habt ihr wirklich noch nie einen Nexo gesehen? Doch. Das sind solche anmutige, intelligente, anpassungsfähige... Sabbernden riesen Katzenmonster mit großen spitzen Stacheln. Einige freigelassene Exemplare aus einem Zoo begannen hier auf Taris eine blühende Population. Doch die Weibchen sind rasend vor Wut, weil ihre Jungen gestohlen werden. Verdammte Plünderer! Sprecht ihr davon, die Nexo-Jungtiere zu retten? Oh, wenn ich könnte, würde ich die Türen der Plünderer eintreten und sie ihre eigenen Blaster fressen lassen. Was sie nicht kann, denn einer dieser niedlichen Nexo... Du stehst im Bild. Wenn es allerdings Freiwillige gibt... Wir wollen die Umwelt auf Taris schützen, nicht zerstören. Danke. Ich wusste, ich bin nicht die Einzige, die eine blühende Nexo-Population sehen will. Ich glaube, sie haben Außenposten 5 gefressen. Am besten schlagt ihr im Hauptlager der Plünderer zu. Zerstört alle Käfige, dann können sie keine Nexus mehr einsperren. Wie war das? Ich hatte mal ein Video gesehen, da hatte auch gerade jemand so ein... Gespräch bei Star Wars The Old Republic und im Hintergrund hat dann einfach einer getanzt. Seht euch die Vase an. Womit kann ich die? Sie sah auch richtig bescheuert aus. Okay. Das hier sind die Käfige und hier hinten ist die Kamera. Okay. Es sollen irgendwo Käfige sein, aber bisher sehe ich noch, da ist einer. Ich schleiche mich von der Seite an. Denn egal wie groß so ein Käfig ist, der wird, sagen wir mal, als Sichtschutz von denen registriert und... Ja. Die sehen mich dadurch nicht. Hier ist noch so ein Käfig. Da habe ich gerade noch einen gesehen. Hier war keiner. Hier ist noch einer und dann war es das. Ich habe da mal gemächtlich eine drüber gezogen. Ich gehe mal hier hinten hin. Hier gab es ja jetzt noch nicht mehr. Und bis die sich wieder zurück, also zurückgesetzt haben, kann ich auch da hinten welche machen. Na komm. Da haben wir einen, der wurde aber schon... Ne, doch nicht. Der steht daneben und guckt nur zu. Die kann sich ruhig darum kümmern. Ich hole jetzt schon mal die Raku-Kamera. Kann ich hier hoch? Ja. Eine von denen hat die. Das ging ja schnell. Ausgerechnet die haben keinen Schnellreisepunkt. Oder? Ne. Das ist der Punkt hier hinten. Ich dachte gerade ich hätte wieder kurz was gehört. Aber ich glaube selbst die benutzten Dinger geben Geräusche von sich. Ich habe gar nichts eingesammelt. Ich habe gar nichts eingesammelt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Oh. Und dann, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. gegangen, nicht mal mit Eskorte. Ohne euch wäre dies alles nicht möglich gewesen. Dort gab es ganze Massen von Raks. Ihr werdet etwas Brauchbares finden. Ich lade die Aufzeichnungen hoch. Lasst uns weiterreden, sobald wir sie angesehen haben. Der Unterschlupf der neuen Spezies sieht aus wie ein altes Kraftwerk. Und es gibt, seht euch das an, primitive neue Konstruktionen. Mola, die Tatsache, dass sie eine Leiter bauen können, ist unsere geringste Sorge. Zweiter Tag, elfte Minute. Einer der neuen Spezies drängt die anderen zurück, um an eine Nahrungsquelle zu gelangen. Aber er berührt sie dabei nicht. Man sieht es deutlich, es gibt keinen Kontakt. Die neue Spezies kann die Macht benutzen. Rakule kennen nur Aggression und Furcht, Machtquellen der dunklen Seite. Das bereitet uns Sorgen. Wir sind keine Experten der Macht. Aber diese neue Spezies erscheint eher psychotisch als räuberisch. Wir wissen nicht, ob nur eine der neuen Spezies machtsensitiv ist oder alle. Wenn alle es sind, zieht der Stützpunkt eine Evakuierung in Betracht. Das ist die bisher größte Bedrohung für Taris. Wir brauchen Augen in diesem Rakul-Unterschlupf. Ich werde es riskieren, um die Kolonisten zu schützen. In Ordnung. Dieser Unterschlupf befindet sich tief im Rakul-Geglatt. Einige der Kraftwerkstrukturen lassen sich noch erkennen. Ich statte euch mit einem Transmitter aus, damit wir sehen, was ihr seht. Ihr müsst nahe ran, um die Kreaturen zu filmen. Aber sobald sie euch bemerken, müsst ihr tun, was zu tun ist. Ach, die Rakule, die kommt zwar in großen Massen, aber dafür sind die relativ leicht zu besiegen. Dann ist das kein Problem. Das Problem ist, erst mal das Kraftwerk reinzukommen. Und dass die mich jetzt wirklich entdecken. Ja, ganz toll. Falsche Richtung. Meine Gruppe ziehe ich mir noch ran und dann kämpfe ich die erst mal. Das war ja einfach. Was macht die denn hier draußen? Fertig? Ja. Nun gut, damit beende ich jetzt erst mal wieder die Folge. Und wir sehen uns dann... Ich glaube, morgen wieder. Ja gut, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.